Heiße Mädels, knappe Sachen, alles andere als Let's Player nicht machen. Willkommen wieder zurück bei Christine Angel 3000. Heute diesmal mit keinem Spiel, sondern mit einer Spezialfolge. Ein Gewinnspiel. Yeah, nochmal eine Runde. Ohne mich jetzt diesmal im Bild, sondern einfach mal ein spontanes Video. Begründung liegt darin, ja, Mabse hat schon öfter nachgefragt, so, hey, was sieht's aus, wie sieht's aus mit Spezialvideos hier? Du hast schon 1000 Abonnenten, dann 1500 Abonnenten. Ich möchte mich erstmal herzlich bedanken für die große Anzahl von Abonnenten und an die Zuschauer, die mich sehr oft begleiten, reinschauen, zuschauen und, ja, kommentieren und liken und, ja, dabei sein ist meistens alles. Und da freue ich mich erstmal ganz toll und einen herzlichen Dank an alle erstmal, an die Abonnenten, sowie auch an die Zuschauer. Und, ja, ähm, wie gesagt, Spezialvideo und heute hab ich mir halt was ganz Spezielles überlegt. Ähm, ich mach einfach mal ein Spezialgewinnspiel draus. Ich hab eine Spezialfolge. Ähm, aber bevor es losgeht, was man machen kann und was man machen muss und was man gewinnen kann, ähm, ja, habt ihr euch eigentlich schon gehört? 50 Euro, glaube ich, ja, 50 Euro, 50 Euro, Leute, 50 Euro für PSN oder für Steam, ach, egal. Äh, bar auf die Hand kriegt das auf jeden Fall nicht. Gut, das ist schon mal geklärt, ne? Also nur als Code kriegt ihr 50 Euro, aber dafür müsst ihr halt was tun. Aber bevor wir jetzt da hingehen, möchte ich erstmal meinen Arbeitsdesktop zeigen, wie ihr sehen könnt. Äh, haufenweise Sachen, ähm, wie Vegas, äh, Gaming Captor, HD, äh, und Camtasia, etc., etc. Alles Programme, die ich dafür verwende, sowie haufenweise Ordner für die ganzen Videos, ähm, könnt ihr gleich mal einen kleinen Einblick erhaschen, so wie es halt bei mir aussieht. Nicht aufgeräumt, aber geordnet. So, gut, ähm, ja, ein ganz, äh, ganz einfach eigentlich, ähm, ja, wir gehen jetzt erstmal auf, mal auf, hier, oh, äh, ja, Mapsa 23, der schon mal wieder, ne? Ja, der möchte sich überall einhören. Könnt ihr auch mal vorbeischauen, wie gesagt, ja, tolle Videos wie Need for Speed, Payback, Schildgelegte Autos, Volvo, sowie, äh, Call of Duty und, Call of Duty, Destiny und NBA und, etc., etc., also, Retro Friday müsste auch mal langsam mal wieder kommen, aber das ist ein anderes Thema. So, gut, ähm, wir gehen jetzt erstmal auf meinen Kanal, so, so. Ihr seht ja, hier, 500 Abonnenten-Banner, 500. Wir liegen momentan bei 1.606 Abonnenten, Leute, und, tja, wie gesagt, äh, 1.000 Abonnenten-Status, so wie 1.500 Abonnenten-Status, hätte ich eigentlich was bringen sollen, habe ich leider nicht gemacht, deswegen machen wir das halt ganz, ganz einfach anders, ne? So, ähm, ja, ihr könnt 50 Euro gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach, macht mir einen Banner. Also, ihr dürft selbst ein Banner machen, ne? Also, alle, die Zuschauer sind und alle Dings-Abonnenten halt in dem Sinne, alle, die halt dabei sind, ähm, erstellt mal ein Banner, was mein Kanal widerspiegelt, so wie zum Beispiel der hier oben, ne, zum Beispiel, ne? Seht ihr Frauen und Brüste, was das eigentlich sein soll? Und, naja, heiße Mädels, knappe Sachen halt, ne? Und, ja, wie gesagt, ähm, ihr könnt, ihr Haufen, ihr könnt jetzt mal ordentlich in die Tasten hauen, an die Maus und an Paint-Programme, etc., alles Mögliche machen, wie ihr wollt. Und, ja, ähm, der Beste, leider habe ich, äh, kurz noch vorab, leider habe ich nicht für alle Geld, also, wie gesagt, ich verdiene ja auch nichts damit und, äh, 50 Euro ist schon eine gute Investition für euch, die ich euch, äh, schenken kann. Ähm, in dem Sinne halt, wenn ihr ein ordentlich schönes Banner erstellt, was ich dann hier reinmachen könnt, reinmachen kann, ähm, der Beste gewinnt auf jeden Fall. Also, ihr könnt, ich tu dann ein Video rausbringen mit allen Bannern, die ihr mir dann zuschicken tut, ähm, werde ich dann rauslosen, wer den ersten Platz gewinnt, leider habe ich keinen zweiten und dritten, das tut mir jetzt schon mal leid. Ähm, wie gesagt, ähm, ein Banner erstellen, in dem, in dem Sinne mit, egal was drin, halt, Hauptsache, das, was mein Kanal widerspiegelt, mein Name und ihr dürft auch eure Initialien rechts oben auch oder links oben oder links unten reinsetzen. Rechts unten ist ein bisschen blöd, da ja Twitch und alles andere da drin ist. Äh, ja, äh, wie gesagt, äh, ich will nicht zu lange reden drüber, ähm, ja, er stellt mir einen Banner, äh, und der erstplatzierte und der, sagen wir mal so, das beste Banner, was mir am besten gefällt, was wirklich auf meinen Kanal zutrifft, was dann auch wirklich reinhaut, kriegt auf jeden Fall 50 Euro in egal welcher Währung, wie, also nicht in egal welcher Währung, als Code für die Playstation 4 oder für Steam, halt, ne, wie ihr möchtet, also, liegt dann an euch, ihr könnt dann selbst entscheiden, was ihr gerne davon haben möchtet. So, ähm, ja, kurz gehalten, wie gesagt, ähm, schreibt mir einfach, äh, ich gebe euch gleich mal eine E-Mail und schickt mir einfach eure Banner mit euren YouTube-Namen, wie ich euch dann nennen soll, dass ich dann euch dann auch, äh, anschreiben kann und sonstiges. Äh, ich muss ja, wenn ihr einen Kanal, also wenn ihr einen Banner mir schicken tut, muss ich ihn ja auch hier präsentieren und auch gleich den Namen dazu, dass die Person dann auch weiß, hey, das ist mein Banner, cool, ich hab gewonnen und so, cool, ne, also, wie gesagt, das ist so eine Sache, hä? So, gut, ähm, mein, äh, ja, mein Kanal, nein, wir gehen jetzt erstmal hier auf Textdokument, scheiß drauf, so, bearbeiten, so, gut, ähm, ich werde es jetzt nicht extrem groß schreiben, jetzt ist es heute eigentlich lang, ähm, kann ich jetzt irgendwie, warte mal mal gucken, äh, Format, Zeichenart, okay, dann machen wir jetzt mal mal richtig groß, dass ihr auch das sehen könnt, was wieder, äh, wie die E-Mail heißt, ja, kippt ihr einfach ein, also, wenn ihr einen Banner erstellt habt, könnt ihr mir dann auf diese E-Mail schicken, äh, so, Daniel, so heiße ich wirklich, meine Freunde, alles klein, da versteht sich, ne, alles klein, natürlich, so, dann, f-r-a-e-s-s-l-e at web .de So, gut, ne, das ist die E-Mail, dahin müsst ihr das dann schicken, und, wie gesagt, der Erstplatzierte kriegt auf jeden Fall dann 50 Euro, und, ja, ich warte auf eure Antworten, auf eure Einsendungen, und, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne, wie gesagt, also, es ist, wenn sie jetzt zum Beispiel 1000 Leute melden, himmels Willen, dann muss ich mir wirklich einen einzigen raussuchen, also, ist eine 50-50-Chance für jeden, aber wer richtig reinhaut, und wer ein schönes, äh, Dings-Banner erstellt, kann auf jeden Fall sicher sein, dass er auf jeden Fall vielleicht auch gewinnen kann, also, haut rein, und schickt mir ordentlich, äh, Sachen, wie gesagt, ihr habt genug Zeit, ich gebe euch einfach mal, lasst mal mal, einen Monat, oder, hm, wie lang braucht man für einen Thumbnail, hm, wir haben heute den, ich muss gerade checken, den 12.3., ähm, ja, machen wir bis Ende dieses Monats, das ist heute doch eigentlich lang, oder, Leute, das ist heute lang, Leute, das ist heute lang, wenn es mal so schwer ist, ja, kein Banner zu erstellen, ne, so, mit Bildern und so, ist ja keine Animation oder sonstiges, also, ganz easy, ein Bild erstellen, mit einem schönen Banner, ähm, die Maße, ähm, habe ich hier schon mal vorgelegt, so, ne, ähm, das ist für das Kleine, ich brauche halt das ganz lange hier, also, Desktop maximal 2560 mal 423, müsste es auf jeden Fall sein, zuschneiden kann ich dann später auch noch, ich muss finden, und ich meine, ich habe ja genug Erfahrung in dem Sinne, also, wie gesagt, haut in, macht, äh, ja, baut eure, baut eure eigene Kreation, äh, mit, äh, Elementen, wie ihr möchtet, es muss halt, wie gesagt, mein Kanal entsprechen, ne, also, wenn ihr das schaffen tut, und was Gutes hinhaut, äh, und, ja, könnt ihr vielleicht auch was gewinnen, ne, also, 50 Euro sind am Start, ne, also, wie ihr möchtet, ähm, haut rein, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, euer Christian Angel 3000, bis zum nächsten Mal, ciao!